hallochen moin moin willkommen an alle ja hier euer feldi das erste mal jetzt in dieser art und zwar wollte ich mal oder ich sag mal so ich fange jetzt demnächst mal an wollte ich anfangen unsere rw kampfgruppengefechte mal aufzunehmen mal gucken wie es ankommt was zu sehen ist wie es zu sehen ist und so weiter und so weiter ja zum spiel ist an sich nichts weiter zu sagen das einste die panzer und fliegerleute die sind zusammen ein channel also die meisten trennen sich ja flieger und und panzer bei uns ist das nicht der fall aus gründen ja wegen verständigung untereinander und so weiter dann will ich mal nicht lange fackeln und wünsche euch viel spaß falls etwas sein sollte was ihr seht was ihr nicht seht was ich gesehen habe oder nicht gesehen habe dann in die kommentare könnt ihr schreiben sehr gerne ich würde mich freuen darüber also denn sag ich mal film ab fibus und den gehen auf adeln und ich fahre über links ok versuchen wir mal versuchen wir es mal genau oben die gleiche aufteilung wir sind schwimmen bei uns am an fahrrad wir sind schwimmen bei uns am an fahrrad ich bin zufrieden 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 Der Eil mittel hoch, der ist vom Zugfeld gekommen. Rechts noch einer, oder links, je nachdem, ich weiß nicht, wen ihr seht. Ich sehe zwei im Moment. Links und mittig vom Flugfeld, sozusagen. Genau, ich bin direkt hinter dir noch, aber ich kann auch links eindrehen. Auf der linken Seite, am Unterbieg kommt der Glitter. Weg dort, links eingedreht. Müsste in Ruhe sein. Versuch dich aber durchsteigen zu lassen. Japp. Ui, der war knapp. Meiner geht runter. Meiner ist im Sinkflug. Bestätigt. Aber auch im Lauf. Meiner ist durch. Also sind wir des Abels. Ich habe eine 6. Das ist weg. Höhen, danke. Hab die Uden? Nein, ich habe immer noch eine 6. Mach auch ein. Ja. Kann man. Auf der Fall. Auf der Fall. Auf der Fall. Ich habe immer noch eine 6. Ich habe eine, ich habe eine. Was ist? Was ist da? Ich bin wirklich da. Oh, die hat er uns. Ich bin getroffen. Ich bin wirklich nicht bei dir. Ich bin mal eine 6. Und da. Oh, sieh hoch. Vor mir. Ist sie zu weit weg. Vor mir sind zwei Panzer. Hier ist es vor mir. Zwei Stift. So ist lieber bei mir. Warum nicht rein? Ich bin der Stift, weil der Mockenker blockt hier. Ich könnte uns auch suchen, damit ich mich gebrauchen, wenn er die da oben weit hat. Ich versuche zu dir zum Rudelgang zu kommen. Jawohl, danke. Ich schieße mich aus. Ich bin unterwegs. Oh, Pansifomio. Hat irgendwer von der Krieger noch Raketen? Negativ. Ja. Kriegerfläche und den Kriegerfläche. Zwei Stiftnehmer landen. Ich glaube, die muss ich sehen. Ich habe nichts. Bitte, bitte. Sehr schön, Toni. Ich habe noch eine Bombe da. Ich habe mich geledert. Oh, oh, jetzt kommt nichts anderes. Hol. Mach noch einen Anzug. Wollen wir jetzt Regen oder Stiftung? Ja, komm. Ich bin da vorne gesucht. Manta, wo bist du? Hier unten in der Senke. Rechts, Manta, rechts, vorne, unten. Beide Hit. Negativ sind alle weg, oder? Ich kann es nur versuchen mit dem. Scheiße. Manta, was für Brandzeugen? Beide Zieger. Beide Zieger. Beide Zieger. Sehe einer noch. Gucken beide zu mir. Ja. Oh, diese Gunblade-Brasch. Abohin. Wo ist der andere? Ich sehe den Köln. Direkt vor mir. Der ist leicht rechts von mir. Leicht rechts. Ausstellungswechseln. Hat kaputtes Ohr. Bisschen durchhalten. Deine Schuss rausklappt. Meint aber auch. Brennt. Noch im Leben. Gunbreach ist draußen. Schöne. Mit einem kaputten Ohr. Wir gehen. Gehörst du sauer. Überlebt mit deinem Schwimmfreundsichern. Ich war mir erst mal hinter der Senke. Da wo mir sitzt. Wo der Fettung ist. Da hinter war. Ich hab ihn schafft gehalten. Da hast du dir vorgetraut. Ja, ich schieb dich weg davon und brenn den Ding den Witz zu bauen. Wirklich am Arsch. Sauber gespielt. Sehr schön. Und?